zurück kommen wir schon ein bisschen dabei vor warum wir nur eine zwei etage reicht hin wollte ich sagen oder oder eine drei etagen die farm oder was ja baust du dann meine ab nein dann mach was du willst das war ein Problem aber wenn ich aufnehmen für keine Musik deswegen produzieren eigene in der musikalischen Plätze er hat gesagt ich hab welche laufen und so ein letztes Jahr zu hören von Herrn Hegenberg er hat mich spielte immer erst mal ein das ist mir zuerst ich bin den Sons für uns das ist los zu uns abgucken jetzt bin ich wieder hier bei dem Ofen unbeabsichtlicherweise da sind irgendwie alle Wege hin da kann ich mal gerade mal Rüstung machen was da ist denn? der Mücke ah deshalb hau es auf der Tastatur rum ah mein Finger zu drehen 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 ja wow ich bin ein Pflaster 1, 2, 3, 4, 5, 6 ich könnte mit deiner ganzen vielen Wolle ganz viele Betten machen ja und ich könnte mit Netherfix könnte ich eine Wolle Netherfix Hosting bauen haben wir einmal? keine Ahnung wenn ich mach dir welche welche ja ich mach's mir hat er Eisen gemacht ne hab ich nicht ich hätte auf jeden Fall noch welche haben müssen weil ich hab die ganze Farm da hinten mit Wasser überflutet ja nur Wohne ja gute Frage man da bestimmt beim Werkzeug wo ist unsere ne der war ich eben transist sind keine ja hm 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 ja hoffen wir euch morgen mehr Wutmotive Mulde blubb Motivation zum Arbeiten du hast keine Motivation wie geht das denn bitte? den ganzen lieben kleinen Kindern das macht doch so Spaß lieben liebe kleine Kinder ja liebe kleine Kinder kleine Kinder sind doch immer Engelchen ja bestimmt wenn sie schlafen aber noch nicht mal dann dann pupsen sie rum haha ist echt so weißt du in der Schule da muss man sich echt da reiß ich mich zusammen dass ich keinen fahren lasse ja und da kannst du es einfach machen das kriegt kein Schwein mit wenn wer fragt ja aus was gehen das weißt das wissen jetzt alle jetzt kannst du es nicht mehr machen heute habe ich sogar eine Schatzkarte geschenkt bekommen also gemalt bekommen? ja ich habe eine Schatzkarte gemalt bekommen schön hm ich bin sehr drauf gefreut meine Erzieherin hat auch drei bekommen ach so direkt für mehrere Schätze falls einer nicht mehr da ist naja gut wir müssen irgendwas mit Redstone bauen ich habe jetzt Redstone gefunden mache ich doch gerade ja deine thematische Farm da ja weißt du nicht eine doppelte reicht eine doppelte ja ich weiß ja nicht mal was du da machst also ja hm ich bin ja nicht dumm und ich gehe und spreng mein ganzes Haus in die Luft ich bin ja nicht dumm und ich gehe und spreng mein ganzes Haus in die Luft das war so üblich das war so üblich das war so üblich da ist dumm und ich gestern was hast du mitbekommen? ja ja eben ist das Teil explodiert ich habe es mitbekommen sah lustig aus irgendwann ich habe es nicht gesehen war nicht viel zu sehen das ist es ja danach stand nicht mehr viel egal dann war so alles weg und hm 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 ja schon cool gewesen wenn man so direkt daneben standen hätte und dann so B Master Das könnte man ja auch noch im Nachhinein machen ja habe ich auch hm Wenn ich mich recht erinnere saßen wir hierbei und haben gelacht ja oh mein gott erzählt bringt euch in sicherheit bevor es explodiert wie gesagt wo ist er eigentlich hin das auch noch neben mir vorhin auf einmal war er weg oder wird er hat sich gelangweilt ja wahrscheinlich sieht er so schnell nach ich habe laps gefunden wo gibt das viel erfahrung was ich immer so er hat mich mit level 17 ja 21 aber das ist meinst du überhaupt oh gott ich habe keine fackel mehr ich muss raus hier ich habe auch nur noch neun vielleicht findest du am baum ich habe noch holz dabei aber trotzdem ich bin raus kann man auch das darf bisher einholen so die preis war nicht jetzt wie kommt ihr auf den facken folgen mein porten kein porten irgendwie schaffe ich das ich bin doch mit dem stack erde losgegangen musste hin jetzt brauche ich wie viel 1 2 3 4 5 10 pistons dann macht viel spaß geld spaß beim baum ja ich habe genug eisen da ja ich habe gerade seit wann braucht man für pistens eisen brauchen wir immer er sind und ich habe das gelernt wodurch habe ich habe ich das gelernt durch steckelt bestand ein schießt richtig sonst könnte ich das glaube ich immer noch nicht geht es wird doch hier raus eigentlich ich jetzt irgendwie weiter rein oder ja gut über die so da muss zurückgehen sie krieg noch aus zwölf reichen hin so ich weiß es hier schon mal keine ahnung oder Oh, da. Hallo, okay. Okay, okay. So, also. Ja. Überlegen. Gravel habe ich mit. Die Pistons kommen dahin. Bin ich wieder hier? Ich will nichts sagen, aber ich glaube, ich habe es verlaufen. Wobei, hier sieht es gut aus. Hier sieht doch alles ausgeräumt aus, so von mir. Ne, hier ist ein Versen. Das kann irgendwie auch nicht stimmen. Was ist noch tiefer, ey? Was? Immer tiefer. Immer tiefer, tiefer, tiefer. Das ist schon das war saut. Ich glaube, da hat der Herr mal die Fackeln wieder falsch gesetzt. Sowieso. Darauf kann ich mich bei mir nicht verlassen. Nächstes Mal gehe ich vor und du darfst Zeug sammeln. Ja. Ich glaube, hier könnte es weitergehen. Hier war ich irgendwie auch noch nicht. Es regnet. Hä? Was ist denn das hier? Eine Höhle. Echt? Ähm. Warum schreckt mich noch mitgenommen? Wie braucht man noch mal ein? Was war? Was? Bei einem, äh, ergeizt mich, dass du rausgefunden hast. und ich bin nicht raus ich bin ich wieder hier ich bin ich schon wieder an der gleichen Stelle oder so nein ich hab das Ding wieder weggepackt er Idiot das wird son das war jetzt noch die Woche noch mal Repeater das weiß ich nicht die hab ich bis jetzt erst mit Creative benutzt Michelle kannst du nachschauen klar danke kein Problem hey let's go ich sing jetzt mit hey ho let's go Frauen und Bier kurz die Umgebung gecheckt ja ich bin richtig ich hab Nö ich hab kein Bock mehr ich wollte dich Prozent Ich habe eine Redstone gefunden. Ich habe eine Redstone gefunden. Stein unten. Redstone links. Redstone rechts. Und ein Redstone in der Mitte. Okay, danke. Bitte schön. Kobbel unten, ja? Nein, nochmal einen gebrannten Stein. Höhöh. Auch das noch. Ja, extra Wünsche. Oh, 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 ich glaube, oh, nein. Das regnet schon eine Scheiße, ey. Oh, 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 Moment. Das hier sieht bekannt aus. Oh, 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 oh. Und jetzt? Oh. Bitte sag ja, bitte sag, dass ich ja nicht bin. Ja. Total. Das ist der Ausgang mit der Treppe, wo du vergessen hast, dass ich da so die Treppe hinmache und hoch. Und jetzt? So. So sind die Fackeln. So, wir gehen mal hoch, setzen mal das Wasser hier ran. Ohr. Und jetzt? So ist es jetzt soweit schon mal? Aha. Hm. Und jetzt, wir bin ich hergekommen. Denn wir fragen, ich haske. Keine Ahnung. Ach, hier genau, da war ja dieser komische Gang nach unten durch und so. Und dann ging es hier hoch. Ich habe Hunger und es regnet. Na schön, betten. Bis nachts, nachts bald? Wir haben es nachts. Dann geh mal pennen. Ja, ich bin unterwegs im Moment. Ich kann es auch versuchen, hinzugehen. Okay, in ordentliches die Bettnett. Warte. Ich liege. Moment, ich liege im Gasbett. So was aber auch. Allein nach Haus. Ratzpü. 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 Die eine meiner Klasse immer. Tiger-Tazi. Tiger-Tazi-Tazi. Die Hoti-Hoti. Ein kleine Tiger-Ti-Tati. Oh, okay. Tiger-Ti-Tati. Tiger-Ti-Tati-Tati-Tati-Tati-Tati-Tati-Tati-Tati. Oh Mann. Zu viel Tiger-Tati-Tati. Wir haben eine Stunde 29 Minuten. Ich mach doch die Repeater und dann machen wir Schluss. Okay. Ich bin auf dem Heimweg. Vielleicht spielen wir nicht noch irgendwie nach Hause schaffen, bevor du Pause drückst. Ich mach doch nicht alle sein. Bibi-Bibi. Hamstab, das schaffst du. Ich glaube an dich. Ja. Ja. Weg zu sein. War bist du fies. Ja. Vielleicht nicht mehr anders. Diesen abgeschlagene Flätter. Hier bin ich auf jeden Fall lang gelaufen. So muss das sein. Oh ja, ja. Das war fast die Tonlager von dem Lied gehabt. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich hab nie irgendwelche Tonlager. Sonst könnte ich ja singen. Oh mein Gott, das war so schön, etwa nicht. Oh mein Gott. Sie kann wohl singen. Sie gibt's noch nicht zu. Äh. Äh. Ich bin hier irgendein Berg, der da irgendwie beim letzten Mal, als wir vorbeikamen, noch nicht da war. Lassen die falsche Richtung. Nein. Da wo der Ausgang von der großen Spalte ist. Ich seh, ich seh. Ich seh, ich seh das Lagerhaus. Immerhin. Doch, geh ich grad hinter. Du hast die Kürbisse weggemacht. Ja. So, ich schmucke da jetzt voll schick. Pass auf. Ist auch geschmückt. Oh mein Gott. Ich weiß mal, wie das ganze Zeug da rein und wer auch warten, das gleich noch. Nein, du bist doch gar nicht. Wo bist du denn? Unter der Maschine. Du brauchst doch seine Maus. Ist. Warum tust du das? Weil, äh, alles ins Ding reinschmeißen. Oh, okay. Und weil es auch fünf Minuten überziehen ist, ist ja nicht schlimm. Doch. Was tust du jetzt? Ist immer noch an dem Ding. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich hier rauskomme. Oh, ich bin mitten in der Maschine rausgekommen. Ich bin zu flach. Verdammt. Schnell wieder rein. Bist zu flach. Nein, das bis jetzt Ende ist zu flach. War nicht ganz. Ich muss nur ein bisschen tiefer. Mhm. Alles klären. Das Niveau nur mit nur ein Stückchen tiefer, dann haben wir es geschafft. Ido. Wir brauchen unbedingt ein neues Tier. Ja. Machen wir den nächsten. Michael, möchtest du dir ein Tier wünschen? Hm? Möchtest du dir ein Tier wünschen für die nächste Folge? Ein Hühnchen. Okay, Hühnchen wird aufgeschrieben. Mal gucken, was die anderen sagen und dann... Ja. Hühnchen. Ist er ja scharf gestorben, oder was? Nö. Aber das braucht Gesellschaft. Kido, bist du zu alleine? Ja, das glaube ich. Gott sei Dank hat der Zombie ja nicht ergriffen. Ich hatte, 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 hatte. Eingriffen. So. Mano. Und wie weit bist du? Weit fertig mit der ersten Leitung. Wirst du eigentlich? Hinterm Lager. Mit der ersten Leitung? Hm. Was baust du? Fahrmaschine. Oh. 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 Viel Spaß. Scheiß. Bist du schon da? Ne. Doch da. Hi. Au. Au. Wie lang hast du noch vor, das zu machen? Wieso? Doch ich sag's dir und verblüht. Wieso? Das ist einfach nur die Redstone Leitung. Hier kommt nix weiterhin. Dass, äh, rauskommen tut das Zeug hier vorne. Wieso? Ich, ich meinte, wie lang von Zeit her? Und sonst hast du mir den Enten versaut. So was? Aha. Die schon um ist? Ja, ähm, ich möchte nur einmal testen, ob das jetzt funktioniert. Okay, dann. Moment. Du bleibst mal wirklich hier stehen und sagst mir mal, ob die Hebel sich hoch... äh, die... die Kolben sich hochbewegen. Kolben sich hoch... Mhm. Moment. Ich bin doch da. Am Schatz, du schon da denkst. Mhm. Irgendwas anderem. Was denn dann? Du hast mich nicht gefühlt. Bist du gleich. Also, die eine auch. Ja, aber die anderen nicht. Ja, da ist ja nur eine verbundet. Ach so. Verbinde mal bitte die anderen. Ich hab keine Repeater. Hilfe. Wie kommen wir jetzt hier raus, halt nach unten rausgehen? Hier geht's raus. Nicht so... windows die umverblüht. Wie? Ach ne Schaufel wollte ich mir eben noch mal Žin dachtrafen... ...und jetzt? Machst du da noch weiter, oder? Ja, äh, wir gehen jetzt, äh... ...in unser Haus um, würd ich sagen. Ja, okay. 3 Paulin Kuhl und Schottkartow Mensch dass sie die jahre Schaden zu fügen nach auch 9 auch er hat wirklich so für der gewinnt wurde Arne nicht alle drei Herzen zwei Herzen ich hab Brot Kekse Kekse sind besser Ja. Ich hab einen Kolben. Und dann? Und eine Pisten. Geh weg. Was tust du? Deko. Jetzt am besten noch mal so was hier. Oh, scheiße, hab ich sieben Stück davon gemacht. Moment. Vollschick, Alter. Ey, voll retro. Okay, gut. Dann sag ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Die Michelle war jetzt ja auch mal dabei. Und vielleicht können wir dich ja demnächst mal in einer weiteren Folge begrüßen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, war ganz lustig. Sehr schön. Dann hat Hamstar Schlusswort. Tschüss. Tschüss.